Du hast Knieschmerzen, ich bin Ronald Hübscher-Bracht und ich gebe dir mit nur zwei Übungen Soforthilfe für zu Hause. Ich zeige dir jetzt mit Ina die erste Übung, Ina ist nämlich dabei, Ina zeigt und ich erkläre es dir an der Ina, da kannst du es wunderbar nachvollziehen. Wenn du rechts das Problem hast, machst du die gleiche Seite, weil wir zeigen es rechts. Wenn du links das Problem hast, dann spiegelt es einfach und macht das gleiche, was ich sage, nur auf der anderen Seite. Ja, setzt dich hin auf deine Matte und jetzt nimmst du dein rechtes Bein, dein rechten Unterschenkel so ein bisschen nach hinten und legst den parallel zum Mattenrand. Und drehst auch so, dass der Fußrücken praktisch nach unten zeigt und wenn du hier nicht gelenkig bist, wirst du hier noch ein bisschen Abstand haben, aber das ist gar nicht schlimm. Stell dich nur so ein, bei der Ina kommt das schön runter, sie ist auf der Matte, das ist das Ziel sozusagen. Ja, Nummer zwei, jetzt versuchst du mit deinem Gesäß so dicht wie möglich zur Ferse zu kommen, also dich auf die Ferse zu setzen. Aber es kann sein, dass du noch einen riesen Abstand hast, das ist nicht schlimm. Wenn du nicht drauf kommst, dann bleibst du eben so weit weg bis dahin, wo du kommst. Den Rest soll ja die Übung dann machen, soll ja besser werden durch die Übung. So, wenn das jetzt soweit stimmt, jetzt wird es spannend, jetzt musst du aufpassen, dass du den Bauchnabel schön einziehst, Bauchnabel einziehen und mit eingezogenem Bauchnabel nach hinten kicken und dabei das Becken mitnehmen. Und dann schön ein bisschen tiefer lassen, jawohl. Und dann merkst du direkt einen riesigen Zug hier bis in die Leiste rein, merkst du bestimmt auch. Vielleicht hier am Fußrücken, vielleicht im Knie, das sind so die Punkte, die wehtun können. Es kann sogar sein, dass Rückenschmerzen ausgelöst werden, kriegt da keinen Streck, denn dann arbeiten wir gleichzeitig noch gegen die Rückenschmerzen. Also eine Übung gegen Knie und Rückenschmerzen, ja. Jetzt bleiben wir drin. Ich hoffe, du hast es soweit hingekriegt und jetzt erstmal schön dehnen. Und du gehst jetzt immer mehr mit deinem Bauchnabel nach innen, ziehst ihn also ein und lässt dich ein bisschen runter, dass du hier auf dieser Neuen bleibst. Also im deutlichen Wohlfühlschmerz, aus dem du nicht raus musst, weil du kannst ihn aushalten. Gerade so, aber du kannst ihn aushalten, ja. Das ist genau die Dosierung, die gut ist. Und jetzt atmest du dich rein erstmal. Tief ein, tief aus. Und immer beim Ausatmen, versuchst du dein Becken noch ein bisschen mehr zu kippen. Und denk dran, wenn du über dem Becken mit der Wirbelsäule überstreckst, dann hat es mit dem Knie nicht mehr so viel zu tun. Das ist praktisch umsonst. Also konzentrier dich drauf, dass du das Becken mitnimmst. Und jetzt spannen wir an. Jetzt spannst du praktisch deinen Fuß so gegen den Boden, als wolltest du den Boden nach unten wegschieben. Ina, spann an. Fester, fester, komm. Und dann merkst du hier die Anspannung. Und das ist gut so, weil da soll die Kraft raus. Diese Kraft, die dein Knie zerstört, die Arthrose macht, die Schmerzen macht. Wir wollen ja die Knieschmerzen beseitigen. Lässt die Spannung wieder los. Gehst ein bisschen weiter mit dem Bauchnabel nach hinten. Merkst sofort wieder hier die Riesenspannung. Das kann auch unterhalb der Kniescheibe reinziehen. Ist oft bei den Patienten der Fall. Immer auf neun bleiben. Aber schön abeln. Und nochmal, anspannen. Spannen gegen den Boden, so fest wie es geht. Dein Fuß will nach innen. Spannen an. Je kräftiger du das machst, desto mehr lernt diese Riesenmuskel hier, sich in der größeren Länge entspannt und frei zu fühlen. Und dann wieder lösen die Spannung. Noch ein letztes Mal weiter reindehnen. Und dann langsam wieder rauskommen. Wundere dich nicht, wenn es jetzt ein bisschen zieht. Ja, komm hoch. Befreie dein Bein. Bisschen bewegen. Und gleich geht es weiter. Wenn dir die erste Übung gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du uns einen Daumen nach oben gibst. Jetzt gehen wir zur zweiten Übung. Und du kannst auch ersatzweise Bücher nehmen. Und die Bücher sollten so sein. Ja, gehen wir mit dem Vorfuß drauf. Wir zeigen auch wieder für das rechte Bein. Ja. Du musst halt die Bücher so stapeln, dass die Höhe gut stimmt. Dass du hier einen Winkel bekommst. Und dann sollte die Höhe so sein, dass wenn du mit dem Becken nach vorne gehst, wenn du senkrecht über dem Fuß bist, über der Ferse, dann sollte schon eine Spannung in der Wade spürbar sein. Wir zeigen ja das mit dem Knie-Retter. Ina, geh bitte mit dem rechten Fuß drauf. Auf, genau. Der linke Fuß, der stellt sich irgendwie daneben auf die Fußspitze am besten, dass du sicher bist, kein Gewicht drauf zu haben. Dass die volle Belastung auf dem rechten Fuß ist. Und dann gehst du vorsichtig mit dem Becken so weit nach vorne im gestreckten Knie, bis du schon hier in der Wade eine deutliche Dehnung spürst. Und die Einstellung ist super wichtig. Die Übung wird echt effizient, wenn du das genau beachtest. Und jetzt gehst du ins Hohlkreuz. Ja, ins Hohlkreuz gehen. Ohne mit dem Gesäß zurückzugehen. Du musst aufpassen, dass du nicht wieder aus der Dehnung für die Wade herauskommst. Geh ein bisschen weiter nach vorne. Genau. Mach dir die Abstände so, dass sie gut passen. Und jetzt gehst du mit geradem Rücken nach unten. Ja, nach unten gehen. Und das Hohlkreuz mitnehmen. Jawohl. Und immer weiter nach unten. Und jetzt merkst du, dass es von der Dehnung hier in der oberen Wade über das Knie geht. Wahrscheinlich bis in die Beuge rein. Geh ruhig noch tiefer, Ina. Ich glaube, du kommst auch noch tiefer, gell? Genau. Ziel ist, dass du von hier bis hier oben eine richtig große Dehnung drin hast. Und dafür ist der Knie oder auch die Bücher als Hochlegen. So, und jetzt spannst du bitte deinen rechten Fuß nach unten, so fest wie es geht, als wolltest du dich auf die Zehenspitzen stellen und wieder locker lassen und weiter nach unten gehen. Genau, ein bisschen weiter nach unten gehen und schön mit dem Gesäß über dem rechten Fuß bleiben und nicht wieder nach hinten weggehen. Ja, und nochmal. Du spannst wieder deinen rechten Fuß so fest wie möglich gegen den Boden. Lässt die Kraft los und gehst nochmal ein bisschen tiefer. Schön immer weiter tief gehen. Jawohl. Und jetzt merkst du praktisch von den Fußspitzen über die Fußsohle, die Wade hoch, Kniekehle, rückwärtiges Bein bis zum Gesäß hoch, die Dehnung. Dann kommst du langsam wieder raus. Schwenkst ein bisschen dein Bein, schlenkest ein bisschen. Und ich bin mir sehr sicher, dass du zu Hause schon merkst, oh, das Knie fühlt sich anders an, nämlich ganz, ganz viele Patienten sagen, viel leichter. Und bitte tu mir einen Gefallen und teile diese Videos, vor allen Dingen diese. Es gibt so viele Leute mit Tiefschmerzen, die sich nicht zu helfen wissen und die Medikamente nehmen und so weiter oder Schlimmeres. Teile das, damit sich das rumspricht. Denk dran, wir haben ja schon fast oder über 1000 Videos jetzt kostenlos auf dem Kanal. Das wäre eine super Unterstützung von dir, wenn du diese Infos mit möglichst vielen teilst. Ina, der Trick, hast du eine Idee? Es geht jetzt um den Trick, den ich noch versprochen habe, um herauszufinden, ob diese Therapie wirkt. Und meinst du etwa den Badewannentest? Exakt, was ist der Badewannentest? Ganz, ganz einfach. Du kannst ihn übrigens auch in der Dusche machen, das ist dann die Abwandlung, der Duschtest. Wenn du Knieschmerzen hast, dann geh 20 Minuten in eine angenehm heiße Badewanne, geh hinterher raus, lauf deine Schritte, guck, wo es wehgetan hat. Und wenn es weniger weh tut, was meistens der Fall ist, dann ist der Beweis, die Spannung deiner Muskeln ist verantwortlich, weil die in der heißen Badewanne runtergehen. Wenn du keine Badewanne hast, auch kein Problem, dann duschst du 10 Minuten lang dein Bein, damit droppst du es richtig schön ab, Oberschenkel, Unterschenkel, bis in die Hüfte rein. Und dann ist der Test der gleiche. Wenn du noch mehr für dein Knie tun willst, dann klick mal hier oben auf die Knie-Challenge. 7 Tage wird dir Spaß machen. Und hier unten kannst du unseren Kanal abonnieren, was du dringend tun solltest, wenn du es noch nicht getan hast. Ciao.